Einsatz mit der GSG 9, der Grenzschutzgruppe der Bundespolizei. Pilot Hans Bäumel ist die Antiterroreinheit schon oft geflogen. 2500 Meter über der Erde. So hoch fliegt Hans Bäumel den Transporthubschrauber selten. Für die Elite-Polizisten aber Pflicht. Hier müssen sie raus. Der 52-Jährige gibt das Signal. Klar zum Absprung. 14 Mann verlassen den Hubschrauber. Getarnt. Sie wollen nicht erkannt werden. 1000 Meter freier Fall. Erst dann öffnen sie die Fallschirme. So würden sie zum Einsatzort schweben, auf einem Haus einer Halle landen. Punktgenau. So wie gestern. Sie stürmten Wohnungen der Rockerbande Hells Angels. Routine, sagen die Männer. Heute ist es eine Übung. Nach zwölf Minuten sind sie unten, auf einem stillgelegten Flugplatz bei Bremen. Erst wenn alle Fallschirmspringer am Boden sind, landet auch Hans Bäumel mit seiner Puma. Sie wollen nichts riskieren. Die Springer könnten sonst mit seinem Hubschrauber zusammenprallen. Die GSG 9 zu fliegen ist anspruchsvoll, sagt Hans Bäumel. Rundflüge wollen die Männer nicht. Wesentlich ist natürlich der Wind. Wir müssen gegen den Wind anfliegen. Es wird vorher schon auch geprieft mit den Verantwortlichen der GSG 9, wie wird angeflogen, in welcher Höhe wird angeflogen, bei welchen Geschwindigkeiten gehen die Springer raus. Fallschirmspringen aus extremen Höhen, Verfolgungsfahrten, Zugriffe auf Schwerstkriminelle und das Tag und Nacht, das normale Trainingsprogramm der Woche. Und mittendrin Hans Bäumel. Seit 28 Jahren ist er Pilot, für den Polizeihauptkommissar ein Traum. Das passt einfach alles. Es macht Spaß, die Aufgabe macht Spaß, die Technik ist dabei. Das, was wir machen, hat auch wirklich Sinn. Das macht Sinn. Die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, das passt einfach alles zusammen. Und das ist wirklich ein Traum, ist der Wahl geworden und ich möchte nichts anderes machen. Die Männer sind Anfang 30. Ihre Identität ist streng geheim. Tauchen, Motorradfahren, Schnellbootsteuern und Präzisionsschießen, all das müssen sie beherrschen. Seit 1972 gibt es die GSG 9. Weltberühmt wurden sie durch die Befreiung von 87 deutschen Geiseln aus einer Passagiermaschine in Mogadischo. Heute sind mehr als 100 Mann im Einsatz, weltweit. Hans Bäumel gehört zu den wenigen Piloten, der die GSG 9 fliegen darf. Startfrei für die zweite Runde. Diesmal werden sie die jungen Männer in drei Kilometern Höhe absetzen, also noch weiter über den Wolken. Bis Mitternacht wollen sie trainieren. Bundespolizei-Fliegerstaffel in Fuldatal. Dienstbeginn. Seit mehr als fünf Jahren werden Hubschrauber hier ferngesteuert, freut sich Pilotin Manuela Ulich. Natürlich angenehm, oder? Ja. Na gut, der Hubschrauber wiegt ja fast drei Tonnen, und der muss da irgendwie bewegt werden. Per Hand und mit Muskelkraft wurden die Maschinen früher aus dem Hangar geschoben. Die Fernbedienung haben wir Frauen mitgebracht, scherzt Manuela. Acht Stunden Dienst liegen jetzt vor ihr. Bahnstrecken kontrollieren, nach Verbrechern fahnden, für Sicherheit sorgen. Kurzer Zwischenstopp in der Flugeinsatzzentrale. Manuela Ulich trifft ihre Kolleginnen. Guck mal, schön. Katharina Schneider ist auch Pilotin. Zum ersten Mal fliegen sie heute gemeinsam. Manuela Diekler informiert vor jedem Flug die Piloten und Pilotinnen. Was kriegen Sie jetzt hier? Wir kriegen jetzt unsere Einsatzunterlagen und die ganze Flugvorbereitung für den heutigen Tag. Wir haben da was ausgearbeitet, und zwar anlässlich der Blockupy. 104 Männer und sechs Frauen arbeiten in der Staffel. Wenn sie ausgehen, wirkt die Männerwelt irritiert, erzählt Manuela Diekler. Wir machen das schon ab und an mal, dass wir sagen, okay, wir gehen mal abends in die Kneipe und trinken mal was zusammen und treffen uns mal. Und wenn man dann sagt, ja, die eine ist Pilotin, die andere ist Pilotin, die nächste schraubt am Hubschrauber rum, dann sagen schon, das männliche Gegenüber sagt dann schon, ja, ja, klar. Wenn man dann aber sagt, okay, ich habe heute keine Lust auf diese Diskussion, wir sind halt ganz normale Krankenschwestern oder wir sind Zahnarzthelferinnen oder wir arbeiten irgendwo an der Kasse, dann sagen die männlichen Gegenüber schon, ja, 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 klar, das wird nie in Frage gestellt. Deswegen, also da machen wir uns dann schon Spaß draus. Männliches Gegenüber heute? Kollege Dietmar Kepper. Zum ersten Mal fliegt er mit beiden Frauen. Ja, ich sag mal, es gibt schlechtere Jobs als bei so einem Wetter mit zwei so netten Kollegen mit dem Hubschrauber nach Frankfurt zu fliegen. Das hört die 28-jährige Katharina Schneider natürlich gerne. Gemeinsam mit Manuela Ulich sind sie Hessens erste Pilotinnen bei der Bundespolizei. Manuela Ulich kam zufällig zur Fliegerei. Rechtsanwaltsgehilfin hat sie gelernt. Doch der Job endete durch eine Katastrophe. Im Jahr 2002 war ich auch Flutopfer, wenn man so sagen kann. Damals in Sachsen, meine Kanzlei war voll betroffen vom Hochwasser damals. Die Kanzlei war völlig weggespült, kann man sagen. Ich hatte keinen Job mehr. Dann kam das Angebot von der, damals vom Bundeskennschutz noch. Und da habe ich natürlich nicht lange gezögert und habe Ja gesagt. Der Baron von Münchhausen schmückt jetzt ihren Arm, das Wappen der Staffel. Manuela Diekler arbeitet auch in Tower. Sie erteilt die Starterlaubnis. Pirol 440, der Wind aus 150 Grad mit fünf Knoten des QNH 1019. 1019. Es war Liebe auf dem ersten Flug. So erzählen beide von ihrer ersten Begegnung mit einem Helikopter. Fünf Jahre dauerte ihre Ausbildung. Erst zur Polizistin, dann zur Pilotin. Es ist für Frauen nicht schwerer, die Ausbildung zu schaffen, als für Männer. Man muss fleißig sein und ehrgeizig. Dann schafft man das auch. Sie müssen heute nach Frankfurt. Eine Demonstration aus der Luft überwachen. Dietmar Kepper steuert die Überwachungskamera. Ich bin der Systemoperator hier an Bord. Das heißt, ich bediene die luftgestützte Werbebildsichtanlage. So nennt sich die Anlage. Das ist ein Kamerasystem, was im Hubschrauber verbaut ist. Was halt die Möglichkeit bietet, aus relativ großer Höhe Aufklärungsergebnisse an den Polizeiführer zu liefern. 40 Minuten später kreisen sie über der Skyline. Aber Demonstranten entdecken sie kaum. Der Veranstalter hatte mit Tausenden gerechnet. Gekommen sind knapp 100. War wohl das falsche Thema. Dietmar Kepper beobachtet mit seiner Kamera den Platz an der Hauptwache. Alles friedlich. Ich verteile da einfach Handzettel. Ich weiß nicht, ob ich noch was draufgeschaltet habe vorne. Also von Demo ist hier keine größeren Erkenntnisse. Dieser Einsatz ist beendet. Eigentlich sollten sie jetzt Fußball-Chaoten überwachen. Doch die Einsatzzentrale hat einen anderen Auftrag. Kabeldiebe haben zugeschlagen, erfahren sie über Funk. Katharina Schneider gibt Vollgas Richtung Marburg. Nach 20 Minuten sind sie über der Einsatzstelle. Eine Tonne Draht haben die Diebe geklaut. Jetzt läuft die Fahndung. Silberner BMW, nachdem suchen sie. Den haben sie in Verdacht. Halt dich, wo genau? Silberner BMW. Mit der Überwachungskamera sucht Dietmar Kepper nach dem silbernen BMW. Ist das der Wagen? Er steht an den Gleisen. Zwei Männer rennen auffällig hin und her. Manuela Uli fragt nochmal die Einsatzzentrale. Ja, in Frage von 440, gibt es neue Erkenntnisse noch zur Lage? Ja, weiter. Wie können Sie sich das vor? Aufklären gegen Silberner BMW. Ich werde Ihnen vor. Fehlanzeige. Dieses Auto suchen sie nicht. Per Funk erfahren sie, der Fall ist geklärt. Kollegen am Boden haben die Metalldiebe entdeckt und festgenommen. Sie können zurück zur Staffel. Am nächsten Morgen in Fuldatal. Auch Hans Bäumel ist zurück und leitet die Dienstbesprechung. Ja, schönen guten Morgen nochmal. Allerseits, das Wochenende war eigentlich recht ruhig. Daher das Programm für diese Woche, bitteschön. Ja, geht heute los mit der Anreise für das Falschirmspringen GSG 9 in den Börnberg. Wie jeden Tag erfahren die Piloten die wichtigsten Informationen über Aufträge und Wetter. Seit fünf Jahren fliegen auch Frauen mit. Mittlerweile haben sich die Männer daran gewöhnt, sagt Manuela Uli. Sie fliegt heute Rettungshubschrauber. Auch eine Aufgabe der Bundespolizei. Wenn nichts mehr weiter ist, dann wünsche ich uns eine schöne Woche. Seit 1963 gibt es die Staffel. Fast alle Piloten wohnen in der Nähe. Das ist Bedingung. Kollegen haben heute Morgen Kaffee gekocht. Aber Pilotin Manuela muss verzichten. Alarm. Jede Sekunde zählt jetzt. Manuela muss erst zum Krankenhaus fliegen, Notarzt und Rettungsassistenten abholen. Die Beschwerden über den Hubschrauberlärm am Roten Kreuz Krankenhaus in Kassel haben zugenommen. Die Piloten von Christoph 7 landen dort deshalb erst ab 8 Uhr. Einzige Ausnahme? Ein Notruf vor 8, so wie jetzt. Nach 90 Sekunden ist sie in der Luft. 1968 starteten Bundesgrenzschutz, ADAC und Bundeswehr einen Versuch. Die Luftrettung in Deutschland. Auslöser waren die vielen Verkehrstoten. 21.000 pro Jahr. Fünfmal so viele wie heute. Das Ziel damals? Einen Arzt so schnell wie irgend möglich zum Unfall bringen. Zunächst wurden die Hubschrauber nur zu Verkehrsunfällen alarmiert. Am 1. November 1970 startete Christoph 1 in München. Deutschlands erster Rettungshubschrauber. Es folgten weitere Stationen mit viel Improvisation. Wie dieser erste Dokumentarfilm über Rettungshubschrauber zeigt. Transport zum Standortkrankenhaus in Lünen. Übernahme des Verletzten mit einem eigens für diese Zwecke gebauten elektrisch betriebenen Ambulanzwagen. Heute fliegen mehr als 80 Rettungshubschrauber in Deutschland zu jedem Notfall, ob Herzinfarkt oder Unfall. Pilotin Manuela Uhlich landet auf dem Dach des Roten Kreuz Krankenhauses. Notarzt Tobias Brückemann und Rettungsassistent Timo Hausotter warten schon. 30 Sekunden später ist die Crew unterwegs nach Schmalenberg. Schwerer Lkw-Unfall funkt die Leitstelle. In 20 Minuten wollen sie da sein. Die Grenzschutzfliegerstaffel Mitte in Fuldatal betreut Anfang der 80er Jahre drei Luftrettungsstationen. Frankfurt, Kassel, Ludwigshafen. Der Notruf war im Vergleich zu heute nicht viel anders. Feuerwehr Kassel. Wasserrettung auf der Fulda in Höhe der Maschgestraße. Schockarten, fänglich, Person, weißen Wasser. Es startet zum Einsatzort, bin in vier Minuten am Einsatzort. Welches Fahrzeug steht dort? Die Feuerwehr sucht hier unten in der Fulda nach einer Person. Rettungsgut 1, Pkw kommen. Ja, hier ist Pkw. Die Lageberichte über Ihre Suraktion kommen. Ja, unsere Suraktion ist bis jetzt noch erfolglos. Wir konnten keinen treibenden Körper auf der Wasseroberfläche finden. Wahrnehmung einer Doppelfunktion. Unterstützung der Suche aus der Luft. Bereitstellung von Notarzt, Rettungssanitäter und medizinischem Gerät. Bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen werden die Hubschraube auch zur Beobachtung des Schadenverlaufs sowie zur Lenkung und Koordinierung der Hilfemaßnahmen eingesetzt. Die Großraumbeobachtung aus der Luft ist wesentliche Voraussetzung für die richtige Beurteilung der Lage und das Erkennen des Schadens. Rettungshubschrauber heißen in Deutschland Christoph. Der Name stammt aus dem Griechischen. Christophorus, einer der christlichen Heiligen, ein Nothelfer. 1982 erweitert der ADAC intensiv die Luftrettung. Seine Hubschrauber bleiben gelb, der Bundesgrenzschutz wird orange. Piloten und technisches Bodenpersonal kommen vom Bundesgrenzschutz. Die landschaftliche Schönheit von Kassel mit dem Denkmal des Herkules wird von der Besatzung von Christoph Sieben nur flüchtig wahrgenommen. Christoph Sieben ist seit 1974 in Einsatz und zählt zu den ersten Rettungshubschraubern in Deutschland. Und noch heute ist er am Roten Kreuz Krankenhaus in Kassel zu Hause, einer der ersten Dachlandeplätze in Deutschland. Mehr als 40.000 Einsätze sind die Retter von Christoph Sieben bisher geflogen. Die Crew heute kreist über der Unfallstelle bei Schmalenberg. Manuela Ulich will auf diesen Sportplatz runter. Per Funk informiert sie die Feuerwehr. Die Männer sollen darauf achten, dass keine Schaulustigen auf die Wiese rennen. Dr. Brückemann und sein Kollege wollen zum Verletzten. Manuela Ulich bleibt beim Hubschrauber. Die Feuerwehr hat erste Infos. Der Patient ist schon im Rettungswagen, kommt jetzt hier runter. Jetzt sofort, oder? Die brauchen keine Unterstützung? Nein, die fahren in zwei Minuten, fahren die los. Ist der intubiert, beatmet? Nein, nicht intubiert, beatmet, wachansprechbar. Was ich jetzt gesehen habe, Beschnittverletzung am Arm, geschienter linker Unterarm. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Der Verletzte liegt im Rettungswagen. Der LKW war zu schnell. 20 Tonnen Kies liegen jetzt vor dieser Kuh. Kennst du schon, passiert hier öfter. Ein zweiter Notarzt hat den LKW-Fahrer versorgt. Er muss schnell in eine Klinik. Manuela Ulich weiß noch nicht, wohin sie ihn fliegen. Das entscheidet jetzt Notarzt Brückemann. Er übernimmt den Patienten. Eine Frau im Hubschrauber, das irritiert offenbar noch die Männerwelt. Ist hier die einzige Frau weit und breit, wie ich da so sehe. Ist normal. Was haben Sie uns gesagt? Was hast du denn gehört? Gar nichts. Haben die Hübschrauber? Nein, gucken nur. Die 34-Jährige wünscht sich eine Familie. Das geht, sagt sie. Auch in diesem Job. Seit einigen Wochen hat sie ihre Zulassung für den Rettungshubschrauber. Knapp 100 Einsätze ist sie schon geflogen. Der Patient hat vermutlich auch noch eine Hirnblutung, sagt der Notarzt. Manuela Ulich soll ihn schnell nach Marburg fliegen. Timo Hausotter hat die Klinik bereits informiert. Rettungsassistenten unterstützen Piloten. Beim Navigieren, Funken und beim Starten und Landen. Zur Sicherheit. Dr. Brückemann wird während des Fluges seinen Patienten beobachten. Hexe. Den Spitznamen hat sich Manuela Ulich selbst gegeben. Ihr Besen hat 1400 PS und den zieht sie souverän in die Luft. Deutschlandweit fliegen erst fünf Frauen Rettungshubschrauber. Sie hofft, dass es noch mehr werden. Notarzt Tobias Brückemann findet Frauenpower im Hubschrauber richtig klasse. Es lockert das Team auf jeden Fall auf. Im Moment natürlich eine Besonderheit bei uns, die erste Piloten hier beim Christoph 7. Das ist schon was Besonderes, das mitzuerleben. Aber die Transporen aber einstehen. Ankunft Klinikum Marburg. Der Verletzte kommt in die Notaufnahme. Beruflich ist Manuela Ulich noch lange nicht am Ziel angekommen. Ich will natürlich noch viel Erfahrung sammeln, auch jetzt im Rettungsdienst. Ich fange jetzt, wie gesagt, gerade erst an. Ja, vielleicht kommt irgendwann noch ein Transportbeschrauber dazu. Vielleicht dauert es auch nicht mehr so lange. Ja, dann vielleicht noch ganz interessante Einsätze wie Ausland zum Beispiel. Wäre nochmal ein schönes Ziel, was man vor Augen haben könnte. In der Notaufnahme. Mehrere Ärzte kümmern sich jetzt um den Verletzten. Er wird noch heute operiert und er wird überleben. Manuela Ulich ist froh, dass der junge Mann vermutlich wieder auf die Beine kommt. Menschen zu helfen tut gut, sagt sie. Vor ganz schlimmen Einsätzen hat sie noch ein bisschen Bammel. Aber im Team unterstützen sie sich gegenseitig, wenn es nötig ist, reden viel über ihre Einsätze. Die Zusammenarbeit im Team ist echt klasse. Also ich kann mich auf jeden verlassen. Jeder unterstützt mich und macht schon Spaß. Sie fliegen zurück zum Roten Kreuz Krankenhaus nach Kassel. Die Crew von Christoph Sieben ist wieder bereit für neue Einsätze. Alarm auch in der Staffel. Hans Bäumel muss los. Gleich mehrere Hubschrauber starten Richtung Ostdeutschland. Wir sind alarmiert worden. Es gibt jetzt doch Hochwasser im mittel- und ostdeutschen Bereich. So Grimma, Pirna, so die Gegend, Mulde und Elbe. Und wir gehen jetzt mit einer Maschine, mit einer großen, mit der Puma raus, mit Winde und Lasthaken. Und mit einer kleineren Maschine, mit einer E-155, die Winde hat. Kommt das regelmäßig vor? Ja, dafür sind wir da. Bei so Katastrophenschutzlagen werden wir alarmiert, um dann eben auch dort zu helfen, Menschenleben zu retten, möglicherweise zu evakuieren, Lasten zu fliegen, Sandsäcke, dass man sich alles so vorstellen kann. Polizei-Hauptkommissar Bäumel wird jetzt nach Pirna fliegen, gemeinsam mit Pilot Andreas Pöhler. In der Elbe wurden riesige Silos entdeckt, vermutlich mit Gas gefüllt. Extrem gefährlich, sagt Hans Bäumel und startet die Turbinen. Fast eine Stunde brauchen die Piloten zum Einsatzort. Sie hoffen, dass sie noch rechtzeitig ankommen und Schlimmeres verhindern können. 13 Maschinen stehen in Fuldatal. Eine von fünf Staffeln der Bundespolizei in Deutschland. Hubschrauber warten die Polizisten selbst. Nach 100 Flugstunden wird jede Maschine auf Herz und Nieren geprüft. Das ist Vorschrift. Ausgeleierte Heckrotoren, Risse in Rotorblättern. Hier wird jeder noch so kleine Fehler entdeckt. An einer EC-135 arbeitet Katharina Hartmann. Die 27-Jährige ist die einzige Hubschraubermechanikerin in der Staffel. Hubschrauber zerlegen und wieder zusammenschrauben, das ist ihre Leidenschaft. Hier ist der Blattanschluss von den Blättern am Hauptrottermast in der oberen und unteren Narbenblätter. Und es gibt einen Punkt, wo man auf Risse kontrollieren muss. Und auch im eingebauten Zustand. Und da gucke ich jetzt einfach, ob ich schon mechanische Schäden, Korrosion, irgendwas entdecken kann. Wo ich sagen kann, oh, das muss raus oder da müssen wir nochmal näher nachgucken. Tico das. Mein Vater ist auch hier in der Luftfahrt tätig. Und ja, so ein bisschen kam das natürlich auch dadurch. Aber ich wollte auch schon als Kind. Wenn wir in Urlaub geflogen sind, war ich eigentlich lieber im Flughafen als im Urlaub direkt. Und die Luftfahrt war schon immer faszinierend für mich. Und ich wollte das. Und wenn man dann als, ich sag mal, kleines Mädchen gefragt wird oder Jugendliche, was willst du denn mal werden? Und dann habe ich gesagt, ja, ich will mal was mit dem Hubschrauber machen. Und da hat man immer nur ein Lächeln bekommen. Und ja, ja, ne? Ja, ja. Und jetzt? Ich habe es versucht, ich habe es geschafft und ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Morgen wird Katharina Hartmann anfangen, den Hubschrauber wieder zusammenzubauen. Das dauert fast zwei Wochen, erzählt sie. Hubschrauberwartung sah vor 40 Jahren nicht viel anders aus. Die Maschinen und Ersatzteile waren nur nicht so komplex wie heute. Ein präzises Wartungssystem und Reservemaschinen sind Voraussetzungen für die Einsatzbereitschaft. Das geschieht täglich bei den Stationierungskrankenhäusern oder in regelmäßigen Abständen in den Werften des Bundesgrenzschutzes. ... der Staffel in Fuldatal. Der 75-jährige Pensionär ist schwer beeindruckt von den neuen Maschinen in der alten Halle. Du findest dich aber hier noch zurecht. Naja, Gott, so viel haben wir ja nicht geschafft, das hier zu verändern. Ja, optisch. Optisch, ja. Aber wir haben andere Hubschraubermuster, das ist wohl wahr. Ja, die ich nicht mehr kenne, oder? Ja, genau. Früher waren sie grün, heute sind sie blau. So eine Maschine könnte er nicht mehr fliegen. Und heutzutage ist natürlich die Elektronik. Das Fliegen als solches ist ja wahrscheinlich das Knüppel, Pitsch, Füße. Aber die ganze Elektronik da dran ist natürlich. Früher war Handarbeit. So ein kleiner Kompass da oben, Karte auf den Knien. Und dann sind wir losgedüst, bei Wind und Wetter. Heute gibt es Flugtechniker. Früher mussten auch die Piloten mit anpacken. Ach, da ist ja noch ein Schiff. Am 25. Oktober 1963 begann in Fuldatal das Zeitalter der modernen Luftfahrt mit so einem Hubschrauber. Eine Alouette. Vier hatte die Staffel damals. Dietrich Ulfig ist sie gern geflogen. Ja, ja. Schade. Mit modernsten Messinstrumenten. Diesen Faden durften die Piloten nicht verlieren. Also wenn Sie Leistung reinziehen, erhöhen Sie ja das Drehmoment. Dann müssen Sie mit den Füßen auch was machen. Dass die Maschine immer schön... Und wenn Sie das nicht haben, dann zeigt der Faden an. Steht er so oder steht er so. Und dann muss er mal so stehen. Und das können Sie mit den Füßen regeln. Wenn er so steht, reintreten, links, dann kommt er rüber. Wenn Sie zu weit... Also ein modernstes Messinstrument... Ein ganz, ein wartungsfreies... Ja, nicht ganz wartungsfrei. Ab und zu müssen wir mal einen Knoten hinten reinmachen, dann franzst das aus. Aber das Ding ist an sich... Sie sehen es auch bei Segelfliegern, gibt es das auch. Unhandlich. Unhandlich. Spritfresser, laut. Aber das Ding hier drüben, wurde mal gesagt, das ist ein irodynamisches Verbrechen. Die machte natürlich auch, die machte auch einen hellen Krach hier. Am Anfang hatten wir nur Sprechgeschirre, also Kopfhörer. Und dann hat man bei einigen Kameraden nach dem zweiten, dritten Jahr nachlassender Hörfähigkeit geringe. Auch bei den älteren Kameraden. Und dann hat man Helme angeschafft. Da war zwar auch Kopfhörer alles drin, aber die waren dann etwas schallgeschützt, mehr schallgeschützt, also ein einfaches Paar Kopfhörer. Eine der Hauptaufgaben der Staffel damals, regelmäßig die innerdeutsche Grenze aus der Luft überwachen. Und die Grenzübergänge kontrollieren. Zum Beispiel in Herleshausen, dem einzigen hessischen Straßenübergang zur DDR. Er wurde 1981 von 2,5 Millionen Reisenden benutzt. Und welche Bedeutung er für den Frachtverkehr hat, lässt sich an der Gesamtzahl der abgefertigten Lastzüge ablesen. Nämlich mehr als 175.000. Wir hatten den Grenzabschnitt am Anfang vom Südrand des Harzes bis runter in die Rhön. Zur Grenze Bayern, Hessen, Thüringen. Das war ein Dreiländereck, das war unser. Dann gingen wir mit mehreren Maschinen raus und haben dann so die ganze Grenze intensivst abgeflogen. Und ich möchte behaupten, dass wir die Grenze auf den Meter kannten. Und wir uns erlauben konnten, mit rechter oder linker Kurve an der Grenze zu kleben. Es sollte nicht gemacht werden. 200, 300 Meter Sicherheitsabstand war die Rede. 200 Grenzschützer waren an der hessischen Grenze zur DDR im Dienst. Im Gegensatz zu den Ostdeutschen, erzählt Dietrich Ulfig, waren sie völlig unterbesetzt. Bei der DDR-Grenztruppe kennt man derlei Probleme nicht. Sie ist mit 4.500 Soldaten entlang der thüringisch-hessischen Grenze personell deutlich besser ausgestattet als der Bundesgrenzschutz. Der wiederum verlegt sich aufs Improvisieren und versucht mit seiner Fliegerstaffel durch Überwachungsflüge entlang der DDR-Grenze jene Lücken in der Streifentätigkeit am Boden zu schließen, die entstanden sind. Das wär's denn. Mach gut. Pirna, 20 Kilometer östlich von Dresden. Hans Bäuml und seine Kollegen sind im Hochwassergebiet angekommen. Aus der Luft erkennen sie gleich die Gefahr auf der Elbe. 16 Silos aus Tschechien treiben mit hohem Tempo Richtung Dresden. 20 Tonnen schwer. Sie könnten Häuser, Brücken und Dämme zerstören. Mit einem Boot können sie die Silos nicht mehr einfangen. Die Strömung ist zu gefährlich. Mit dem Wind der Rotorblätter wollen sie die schweren Silos jetzt wegblasen. Ein Versuch. Hans Bäuml wird jetzt die Höhe ansagen. Denn Pilot Andreas Pöhler muss rausschauen und sich auf die Silos konzentrieren. Jetzt noch 15 Fuß. Noch 10 Fuß. So ist gut. So ist die Höhe gut. 10 Fuß bleiben. Jetzt noch 15 Fuß. So kann man bleiben. Die 8 Tonnen schwere Puma schwebt knapp über dem Wasser. Der Wind des Hubschraubers ist wie ein Orkan. Millimeterarbeit. Das dreckige Wasser spritzt an die Maschine. Die Piloten können kaum noch etwas sehen. Schwerstarbeit, sagt Hans Bäuml. Das ist hochkonzentriert. Das ist auch ein ungewohntes Gefühl. Man fliegt ja nicht jeden Tag einen Meter über der Wasseroberfläche und dann auch nicht im Hochwasser, wo die Strömung auch reißend ist. Man sieht es geändert. Oder mögliches Treibgut, mögliche Container, die auch nicht einfach so konnten. Und das ist auch die Aufgabe des zweiten und dritten Mannes hier an der Maschine nach draußen zu gucken, um zu sehen, ob mit der Strömung nicht irgendwelches Treibgut noch rankommt, was uns vielleicht sogar noch dann berühren könnte. Die Kollegen hinter dem Cockpit bahnen die Piloten vor Bäumen, Hochspannungsleitungen und was sonst noch so aus dem Wasser ragt. Hans Bäuml und Pilot Andreas Pöhler müssen sich nur auf das Silo konzentrieren. Bei allen Einsatzwellen, diesen Container hier weg zu pusten mit unserem Daumenwachst, mit dem Rotorabwind, ist es doch wichtig, dass die Rotorblätter nicht in Bäume oder in Parkplatzschildern, die wir hier auch direkt unter uns haben, dann reinkommen und auch die Höhe, die muss beachtet werden, sodass wir nicht mit der Maschine ins Wasser eintauchen. Es scheint zu klappen. Der Wind drückt das Silo kontrolliert Richtung Ufer. Dort wartet die Feuerwehr mit Seilen zum Festbinden. Das wäre geschafft. Nummer eins von 16 Silos. Fast 1000 Liter Kerosin schluckt die Puma bei so einem Manöver. Sie fliegen nach Pirna zum Tanken. Andreas Pöhler muss gleich wieder los. Nur mal eben kurz durchatmen. Ich habe gut geschwitzt. Insofern habe ich da gut gearbeitet. Die ersten Maschinen starten wieder. Hans Bäuml und seine Crew sind indessen bei einer Besprechung. Die Lage hat sich zugespitzt. Ein Schiffsanleger hat sich losgerissen. 40 Tonnen schwer. Ein Baum hat ihn zufällig gestoppt. Ein Gassilo ist auch noch hängen geblieben. Wie lang kann der Baum den tonnenschweren Druck aushalten? Mit ihren Hubschrauber kommen sie nicht nah genug ran. Zu viele Bäume. Zu gefährlich. Die Bundespolizei alarmiert die Grenzschutzgruppe, die GSG 9. Sie wollen die Männer auf dem Anleger abseilen. Im Lagezentrum. Hans Bäuml hilft bei der Koordination des Einsatzes. Denn er kennt die Männer der GSG 9. Sie sollen versuchen, mit Stahlseilen die tonnenschweren Teile am Ufer festzubinden. Ein zweiter Hubschrauber überträgt Bilder live ins Lagezentrum. Der 52-Jährige telefoniert mit den GSG 9-Beamten. Bei Altendorf, wahrscheinlich auch Altendorf. Ja, das ist es sein. Ihr müsst da mal bitte checken, ob das möglich ist, das mit eurer Winde dann an dieser Brücke oder an diesem Ponton runterzulassen. Den Einsatz beobachten sie im Fernsehen. Live. Die GSG 9 ist vor Ort. Der Steg wackelt. Die Elite-Polizisten arbeiten schnell, denn keiner weiß, wie lange der Baum noch hält. Der Gastank schlägt immer wieder gegen den Anleger. Nach einer Stunde ist klar, die tonnenschweren Teile sind keine Gefahr mehr. Die Männer konnten alles sichern. Das Silo war zum Glück leer. Kein Gas. Erleichterung auch bei Hans Bäumel. Die Piloten wollen noch bleiben. So lange helfen, wie sie gebraucht werden. Wasserrettung auch in Hanau. Einsatz für Pilot Ralf Paulus. Eine Frau droht zu ertrinken. Sie treibt im Main. Notarzt und Rettungsschwimmer sind auch alarmiert. Eine Übung. Pilot Ralf Paulus und seine Kollegen sind speziell für Menschenrettung aus dem Wasser ausgebildet. Herr Paulus, was ist denn jetzt das Entscheidende bei der Rettung? Bitte? Was ist denn jetzt das Entscheidende? Ja, dass alle Leute gut zusammenspielen, dass man nicht in Hektik verfällt und dass wir gut zusammenarbeiten. Die achten jetzt ja bei dem Flug, geht es ja auch um Zeit. Menschenleben zu retten ist ja auch eine Zeitsache. Aber wo können Sie schneller arbeiten? Also wo können Sie das Ganze beschleunigen? Ja, indem man versucht, sachlich zu bleiben. Denn wenn man zu hektisch wird, wird man eher langsamer. Je sachlicher man wird, umso schneller kann man sein. So, können wir loslegen. Ja. Okay, Audi one geht on. Okay. Schnitt bei Horizon, pull. Battery on. Solche Katastrophenübungen müssen regelmäßig geprobt werden. Sie sind schwierig, gefährlich und müssen schnell gehen. Die Rettungsschwimmer steigen ein. Sie sollen die hilflose Person aus dem Wasser holen. Mit dabei Polizist Andreas Mayer von der Fliegerstaffel. Er wird die Winde, das Seil am Hubschrauber bedienen. Der Pilot fliegt mich bis zu dem Verletzten, oder fliegt die Maschine bis zu dem Verletzten. Kurz vorher, wenn er die Unfallstelle nicht mehr hundertprozentig einsehen kann, gibt er das Kommando an mich hier hinten. Und ich übernehme dann von hier hinten eine Feinkorrektur. Okay, base. Ralf Paulus hält die Maschine über den Fluss. Okay, geht raus. In 50 Metern Höhe steigt der Retter aus. Windenbediener Andreas Mayer steuert den Seilzug und dirigiert den Piloten zum Opfer. Der Pilot sieht nichts von der Rettung. Er folgt nur den Anweisungen seines Kollegen hinter ihm. Position halten, vertikal. Halten, zurück. Drei, zwei, eins. Zurück, eins. Der Einsatz spielt sich unter dem Hubschrauber ab. Der Pilot kann nichts sehen. Surfen nennen das die Polizisten, wenn der Hubschrauber den Retter im Wasser zum Opfer zieht. Der Wind vom Hubschrauber, orkanartig. Kontakte, drei, zwei, eins. Kontakte. Menschen in Notlagen sind unberechenbar. Schnell muss der Retter zupacken und das Opfer an sich ziehen. Pilot Ralf Paulus versucht die Maschine ruhig zu halten. Bei schlechtem Wetter eine Herausforderung, sagt er. Ein Außenspiegel am Hubschrauber hilft dem Piloten bei diesem anspruchsvollen Manöver. 20 Meter über dem Wasser. Jetzt beginnt der gefährlichste Teil der Rettung. Halten, sieh an. Windenbediener Andreas Mayer versucht seinen Kollegen und das Opfer in den Hubschrauber zu ziehen. Mit beiden Beinen umschlingt der Retter das Flutopfer, damit sie nicht aus dem Gurt rutscht und wieder ins Wasser fällt. Heikel ist immer der Einstieg in den Helikopter. Menschen in solchen Notlagen sind oft mit ihren Kräften am Ende. Ein, Kontakt, Fahrwerk. 90 Sekunden dauert die Rettungsaktion. Der Hubschrauber fliegt zurück ans Ufer. Die sind langsam zum Ufer, die sind drin, aber noch nicht gesichert. Für die Retter lief der Einsatz perfekt. Schülerin Lara Marie spielte zum ersten Mal ein Opfer. Also eigentlich kriegt man gar nicht wirklich viel davon mit. Man kann auch nicht nach oben richtig gucken und auch nicht wirklich nach unten gucken, weil man so eng an dem Retter hängt, dass man nicht so viel Freiraum hat. Man kriegt es nicht wirklich mit. Ralf Liebler hat Lara aus dem Wasser gezogen. Retter ist er ehrenamtlich. Das ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich versuche meine Gedanken eigentlich zu konzentrieren aufs Opfer. Und versuche das Opfer natürlich dann auch dementsprechend mit in den Hubschrauber zu bringen. Und versuche mich auch darauf zu fokussieren. Natürlich sind Emotionen dabei. Hubschrauber fliegen macht immer Spaß. Aber mittlerweile, und da was ich ja schon jahrelang machen, ist das doch wirklich Routine auch geworden. Bis jeder Luftretter heute mal dran war, braucht es noch einige Wiederholungen. Der Mensch ist trotz aller modernen Technik das Entscheidende. 22 Uhr. Zurück in der Fliegerstaffel in Fuldatal. Manuela Ulich hat Feierabend. Nach neun Einsätzen und 15 Stunden Dienst. Sie wirkt müde. Luftrettung geht von Sonnenaufgang bis Untergang. Im Sommer besonders anstrengend. Papierkram muss sie noch erledigen. Die Maschine reinigen und auf Schäden kontrollieren. Dann will sie nur noch nach Hause. Ich mache den täglichen Check der Maschine. Ich überprüfe noch mal alles, ob alles in Ordnung ist, sodass sie morgen auch wieder einsatzklar ist. Moderne Zeiten bei der Bundespolizei. Morgen früh um 7 Uhr muss Manuela Ulich wieder fit sein für Christoph Sieben. Indessen Dienstbeginn für ihren Kollegen. Kabeldiebe haben wieder zugeschlagen, meldet die Einsatzzentrale. Sturm, Bundespolizei, Pirol 440, hallo. Pass auf, ich habe jetzt den Flugplan geschoben auf 1800. Wir werden so in circa, ich denke mal, in 15 Minuten loskommen. Ich rufe dich dann auf der taktischen Welle, dass du den Flugplan öffnen kannst. Pilot Jochen Sturm und Flugtechniker Rainer Philipp sollen ihre Kollegen am Boden unterstützen. Bei einer Fahndung mit ihrer Wärmebildkamera. Mit ihr sehen sie fast alles, Tag und Nacht. Wir können schauen bis zu einer Entfernung von drei bis fünf Kilometer. Sehr genau, detailreich, konturenreich, Personenbaum, LKW. Können wir das, ja, 800 bis 1000 Meter, können wir genau sagen, wer oder was ist das. Markus Heckmann ist Wärmebildoperator und steuert die Kamera am Hubschrauber. Okay, ich bin auch dran. Die Piloten sitzen in einem der modernsten Hubschrauber der Welt, einer EC-155. Ausgerüstet mit satellitengestützten Navigationssystem, Überwachungs- und Wärmebildkamera, Scheinwerfer, alles vom Feinsten. Sie starten Richtung Frankfurt Hauptbahnhof. Die Kabeldiebe waren schon oft hier, sagen Lothar Vogt und Anke Lecher von der Bundespolizei. Sie sichern Spuren. Zwei Tonnen Kupfer haben die Täter diesmal geklaut. Ja, wir sind hierher gekommen, die Diebe waren nicht mehr da, die sind schon geflüchtet und sind hier quasi über die Gleise geflüchtet. In die Gleise des Hauptbahnhofes hinein, was sehr verwirrend ist. Und daraufhin haben wir dann den Hubschrauber angefordert. Weit können die Diebe nicht sein, sagt Lothar Vogt und hat Beweise. Man sieht hier genau, das Kabel wurde frisch abgezwackt, das Kupfer ist noch hell, nicht oxidiert. Die Beamten im Hubschrauber sind kurz vor Frankfurt. Die Piloten tragen Nachtsichtgeräte. Durch die Brille, die einem Fernglas gleicht, suchen sie jetzt nach den Dieben. Ohne diese Brillen sind derartige Nachtflüge unmöglich. Beispiel. Mit dem bloßen Auge erkennen die Piloten nur die Beleuchtung des Zuges unter ihnen, sonst nichts. Mit der Nachtsichtbrille sieht der Zug so aus. Noch mehr aber sieht der Wärmebildoperator Markus Heckmann mit seiner Außenkamera. Er kann ganz nah an den Zug heranzoomen. Hauptbahnhof Frankfurt. Kontrolle von Bahngleisen, eine der Hauptaufgaben der Fliegerstaffel. Im Visier alle Bahnstrecken in Hessen und Thüringen, insgesamt 2800 Kilometer. Sie achten auf Gegenstände und Menschen auf den Gleisen. Jetzt suchen sie Kabeldiebe. Nur eine Katze ist auf der Flucht. Kein Kabeldieb. Die fliegenden Polizisten schweben über eine Kleingartensiedlung. Hier haben sie schon oft Diebe entdeckt, sagen sie. Markus Heckmann beobachtet mit seiner Kamera drei Männer, direkt an den Bahnschienen. Sind das vielleicht die Täter? Rainer Philipp informiert die Kollegen am Boden. Anke Lecher und Lothar Vogt fahren sofort zur angegebenen Stelle. Doch Fehlanzeige. Die drei Männer sind weg. Gute Nachrichten erhalten sie aber per Funk. Nur wenige Meter entfernt haben Kollegen die Männer gefasst. Die Polizisten im Hubschrauber hatten den richtigen Riecher. Ohne den Hubschrauber war das einfach zu umfangreich hier und wir hätten die Täter sonst nicht feststellen können. Die Crew fliegt zurück nach Fuldatal. Hubschrauberpilot bei der Bundespolizei. Ein Job, der physisch und psychisch an die Grenzen gehen kann. Ein Traumjob ist es dennoch für die meisten. Auf den zweiten Blüten Gardischow. Heute sind mehr als 100 Mann im Einsatz, weltweit. Hans Bäumel gehört zu den wenigen Piloten, der die GSG 9 fliegen darf. Startfrei für die zweite Runde. Diesmal werden sie die jungen Männer in drei Kilometern Höhe absetzen, also noch weiter über den Wolken. Bis Mitternacht wollen sie trainieren. Bundespolizei-Fliegerstaffel in Fuldatal. Dienstbeginn. Seit mehr als fünf Jahren werden Hubschrauber hier ferngesteuert, freut sich Pilotin Manuela Ulich. Natürlich angenehm, oder? Ja. Na gut, der Hubschrauber wiegt ja fast drei Tonnen, und der muss da irgendwie bewegt werden. Per Hand und mit Muskelkraft wurden die Maschinen früher aus dem Hangar geschoben. Die Fernbedienung haben wir Frauen mitgebracht, scherzt Manuela. Acht Stunden Dienst liegen jetzt vor ihr. Bahnstrecken kontrollieren, nach Verbrechern fahnden, für Sicherheit sorgen. Kurzer Zwischenstopp in der Flugeinsatzzentrale. Manuela Ulich trifft ihre Kolleginnen. Guck mal, schön. Katerina Schneider ist auch Pilotin. Zum ersten Mal fliegen sie heute gemeinsam. Manuela Diegler informiert vor jedem Flug die Piloten und Pilotinnen. Was kriegen Sie jetzt hier? Wir kriegen jetzt unsere Einsatzunterlagen und die ganze Flugvorbereitung für den heutigen Tag. Wir haben da was ausgearbeitet, und zwar anlässlich der Blockupy. 104 Männer und sechs Frauen arbeiten in der Staffel. Wenn sie ausgehen, wirkt die Männerwelt irritiert, erzählt Manuela Diegler. Wir machen das schon ab und an mal, dass wir sagen, okay, wir gehen mal abends in die Kneipe und trinken mal was zusammen und treffen uns mal. Und wenn man dann sagt, ja, die eine ist Pilotin, die andere ist Pilotin, die nächste schraubt am Hubschrauber rum, dann sagen schon, das männliche Gegenüber sagt dann schon, ja, ja, klar. Wenn man dann aber sagt, okay, ich habe heute keine Lust auf diese Diskussion, wir sind halt ganz normale Krankenschwestern oder wir sind Zahnarzthelferinnen oder wir arbeiten irgendwo an der Kasse, dann sagen die männlichen Gegenüber schon, ja, 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 klar. Ja, das wird nie in Frage gestellt. Deswegen, also da machen wir uns dann schon Spaß draus. Männliches Gegenüber heute? Kollege Dietmar Kepper. Zum ersten Mal fliegt er mit beiden Frauen. Ja, ich sag mal, es gibt schlechtere Jobs als bei so einem Wetter mit zwei so netten Kolleginnen mit dem Hubschrauber nach Frankfurt zu fliegen. Das hört die 28-jährige Katharina Schneider natürlich gerne. Gemeinsam mit Manuela Ulich sind sie Hessens erste Pilotinnen bei der Bundespolizei. Manuela Ulich kam zufällig. Ich will mich dann auch dementsprechend mit in den Hubschrauber zu bringen und versuche mich auch darauf zu fokussieren. Natürlich sind Emotionen dabei, Hubschrauber fliegen macht immer Spaß, aber mittlerweile, und da will ich das schon jahrelang machen, ist das doch wirklich Routine auch geworden. Bis jeder Luftretter heute mal dran war, braucht es noch einige Wiederholungen. Der Mensch ist trotz aller modernen Technik das Entscheidende. 22 Uhr. Zurück in der Fliegerstaffel in Fuldatal. Manuela Ulich hat Feierabend. Nach neun Einsätzen und 15 Stunden Dienst. Sie wirkt müde. Luftrettung geht von Sonnenaufgang bis Untergang. Im Sommer besonders anstrengend. Papierkram muss sie noch erledigen. Die Maschine reinigen und auf Schäden kontrollieren. Dann will sie nur noch nach Hause. Ja, ich mache den täglichen Check der Maschine, überprüfe nochmal alles, ob alles in Ordnung ist, sodass sie morgen auch wieder einsatzklar ist. Moderne Zeiten bei der Bundespolizei. Morgen früh um 7 Uhr muss Manuela Ulich wieder fit sein. Für Christoph Sieben. Indessen Dienstbeginn für ihren Kollegen. Kabeldiebe haben wieder zugeschlagen, meldet die Einsatzzentrale. Sturm, Bundespolizei, Pirol 440. Hallo. Pass auf, ich habe jetzt den Flugplan geschoben auf 1800. Wir werden so in circa, ich denke mal, in 15 Minuten loskommen. Ich rufe dich dann auf der taktischen Welle, dass du den Flugplan öffnen kannst. Pilot Jochen Sturm und Flugtechniker Rainer Philipp sollen ihre Kollegen am Boden unterstützen. Bei einer Fahndung mit ihrer Wärmebildkamera. Mit ihr sehen sie fast alles, Tag und Nacht. Wir können schauen bis zu einer Entfernung von drei bis fünf Kilometer, sehr genau, detailreich, konturenreich, Personenbaum, LKW, können wir das, ja, 800 bis 1000 Meter, können wir genau sagen, wer oder was ist das. Markus Heckmann ist Wärmebildoperator und steuert die Kamera am Hubschrauber. Okay, ich bin auch dran. Die Piloten sitzen in einem der modernsten Hubschrauber der Welt, einer EC-155. Ausgerüstet mit satellitengestützten Navigationssystem, Überwachungs- und Wärmebildkamera, Scheinwerfer, alles vom Feinsten. Sie starten Richtung Frankfurt Hauptbahnhof. Die Kabeldiebe waren schon oft hier, seit ADAC und Bundeswehr einen Versuch. Die Luftrettung in Deutschland. Auslöser waren die vielen Verkehrstoten. 21.000 pro Jahr. Fünfmal so viele wie heute. Das Ziel damals, einen Arzt so schnell wie irgend möglich zum Unfall bringen. Zunächst wurden die Hubschrauber nur zu Verkehrsunfällen alarmiert. Am 1. November 1970 startete Christoph I in München. Deutschlands erster Rettungshubschrauber. Es folgten weitere Stationen mit viel Improvisation. Wie dieser erste Dokumentarfilm über Rettungshubschrauber zeigt. Transport zum Standortkrankenhaus in Lünen. Übernahme des Verletzten mit einem eigens für diese Zwecke gebauten elektrisch betriebenen Ambulanzwagen. Heute fliegen mehr als 80 Rettungshubschrauber in Deutschland. Zu jedem Notfall. Ob Herzinfarkt oder Unfall. Pilotin Manuela Ulich landet auf dem Dach des Roten Kreuz Krankenhauses. Notarzt Tobias Brüggemann und Rettungsassistent Timo Hausotter warten schon. 30 Sekunden später ist die Crew unterwegs nach Schmalenberg. Schwerer Lkw-Unfall funkt die Leitstelle. Soll ein Lkw stehen und dort in dem Lkw-Person nicht ansprechen machen. In 20 Minuten wollen sie da sein. Die Grenzschutzfliegerstaffel Mitte in Fuldatal betreut Anfang der 80er Jahre drei Luftrettungsstationen. Frankfurt, Kassel, Ludwigshafen. Der Notruf war im Vergleich zu heute nicht viel anders. Feuerwehr Kassel. Wasserrettung auf der Fulda. In Höhe der Maschgestraße. Schocker. Männlich, Person, weiß und Wasser. Es ist auf sieben, startet zum Einsatzort. Bin in vier Minuten am Einsatzort. Welches Fahrzeug steht dort? Die Feuerwehr sucht hier unten in der Fulda nach einer Person. Rettungsboot 1, Pkw kommen. Ja, hier ist Pkw. Die Lageberichte über Ihre Suraktion kommen. Ja, unsere Suraktion ist bis jetzt noch erfolglos. Wir konnten keinen treibenden Körper auf der Wasseroberfläche finden. Wahrnehmung einer Doppelfunktion. Unterstützung der Suche aus der Luft. Bereitstellung von Notarzt, Rettungssanitäter und medizinischem Gerät. Bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen werden die Hubschraube auch zur Beobachtung des Schadenverlaufs sowie zur Lenkung und Koordinierung der Hilfemaßnahmen eingesetzt. Die Großraumbeobachtung aus der Luft ist wesentliche Voraussetzung für die richtige Beurteilung der Lage und das Erkennen des Schadens. Eigentlich kriegt man gar nicht wirklich viel davon mit. Man kann auch nicht nach oben richtig gucken und auch nicht wirklich nach unten gucken, weil man so eng an dem Retter hängt, dass man nicht so viel Freiraum hat. Man kriegt es nicht wirklich mit. Ralf Liebler hat Lara aus dem Wasser gezogen. Retter ist er ehrenamtlich. Das ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich versuche meine Gedanken eigentlich zu konzentrieren aufs Opfer und versuche das Opfer natürlich dann auch dementsprechend mit in den Hubschrauber zu bringen und versuche mich auch darauf zu fokussieren. Natürlich sind Emotionen dabei. Hubschrauber fliegen macht immer Spaß. Aber mittlerweile, und da wirst du das schon jahrelang machen, ist das doch wirklich Routine auch geworden. Bis jeder Luftretter heute mal dran war, braucht es noch einige Wiederholungen. Der Mensch ist trotz aller modernen Technik das Entscheidende. 22 Uhr. Zurück in der Fliegerstaffel in Fuldatal. Manuela Ulich hat Feierabend. Nach neun Einsätzen und 15 Stunden Dienst. Sie wirkt müde. Luftrettung geht von Sonnenaufgang bis Untergang. Im Sommer besonders anstrengend. Papierkram muss sie noch erledigen. Die Maschine reinigen und auf Schäden kontrollieren. Dann will sie nur noch nach Hause. Ich mache den täglichen Check der Maschine. Ich beprüfe noch mal alles, ob alles in Ordnung ist, sodass sie morgen auch wieder einsatzklar ist. Moderne Zeiten bei der Bundespolizei. Morgen früh um 7 Uhr muss Manuela Ulich wieder fit sein. Für Christoph Sieben. Indessen Dienstbeginn für ihren Kollegen. Kabeldiebe haben wieder zugeschlagen, meldet die Einsatzzentrale. Sturm, Bundespolizei, Pirol 440. Hallo. Pass auf, ich habe jetzt den Flugplan geschoben auf 1800. Wir werden so in circa, ich denke mal, in 15 Minuten loskommen. Ich rufe dich dann auf der taktischen Welle, dass du den Flugplan öffnen kannst. Pilot Jochen Sturm und Flugtechniker Rainer Philipp sollen ihre Kollegen am Boden unterstützen. Bei einer Fahndung mit ihrer Wärmebildkamera. Mit ihr sehen sie fast alles, Tag und Nacht. Wir können schauen bis zu einer Entfernung von 3 bis 5 Kilometer. Sehr genau, detailreich, konturenreich, Personenbaum, LKW. Können wir das, ja, 800 bis 1000 Meter, können wir genau sagen, wer oder was ist das. Markus Heckmann ist Wärmebildoperator und steuert die Kamera am Hubschrauber. Okay, ich bin auch dran. Zunächst wurden die Hubschrauber nur zu Verkehrsunfällen alarmiert. Am 1. November 1970 startete Christoph I in München. Deutschlands erster Rettungshubschrauber. Es folgten weitere Stationen mit viel Improvisation. Wie dieser erste Dokumentarfilm über Rettungshubschrauber zeigt. Transport zum Standortkrankenhaus in Lünen. Übernahme des Verletzten mit einem eigens für diese Zwecke gebauten elektrisch betriebenen Ambulanzwagen. Heute fliegen mehr als 80 Rettungshubschrauber in Deutschland zu jedem Notfall, ob Herzinfarkt oder Unfall. Pilotin Manuela Ulich landet auf dem Dach des Roten Kreuz Krankenhauses. Notarzt Tobias Brückemann und Rettungsassistent Timo Hausotter warten schon. 30 Sekunden später ist die Crew unterwegs nach Schmalenberg. Schwerer Lkw-Unfall funkt die Leitstelle. Soll ein Lkw stehen und dort in dem Lkw personen. Ich darf nicht sprechen machen. In 20 Minuten wollen sie da sein. Die Grenzschutzfliegerstaffel Mitte in Fuldatal betreut Anfang der 80er Jahre drei Luftrettungsstationen. Frankfurt, Kassel, Ludwigshafen. Der Notruf war im Vergleich zu heute nicht viel anders. Feuerwehr Kassel. Wasserrettung auf der Fulda in Höhe der Fraschke-Straße. Tiergarten, menschliche Person, weißen Wasser. Christoph 7 startet zum Einsatzort. Bin in vier Minuten am Einsatzort. Welches Fahrzeug steht dort? Die Feuerwehr sucht hier unten in der Fulda nach einer Person. Rettungsboot 1, Pkw kommen. Ja, hier ist Pkw. Die Lageberichte über Ihre SUH-Aktion kommen. Ja, unsere SUH-Aktion ist bis jetzt noch erfolglos. Wir konnten keinen treibenden Körper auf der Wasseroberfläche finden. Wahrnehmung einer Doppelfunktion. Unterstützung der Suche aus der Luft. Bereitstellung von Notarzt, Rettungssanitäter und medizinischem Gerät. Bei Katastrophen und schweren Unglücksfällen werden die Hubschraube auch zur Beobachtung des Schadenverlaufs sowie zur Lenkung und Koordinierung der Hilfemaßnahmen eingesetzt. Die Großraumbeobachtung aus der Luft ist wesentliche Voraussetzung für die richtige Beurteilung der Lage und das Erkennen des Schadens. Rettungshubschrauber heißen in Deutschland Christoph. Der Name stammt aus dem Griechischen. Christophorus, einer der christlichen Heiligen, ein Nothelfer. 1982 erweitert der ADAC intensiv die Luftrettung. Seine Hubschrauber bleiben gelb, der Bundesgrenzschutz wird orange. Piloten und technisches Bodenpersonal. Morgen früh um 7 Uhr muss Manuela Ulig wieder fit sein für Christoph Sieben. Indessen Dienstbeginn für ihren Kollegen. Kabeldiebe haben wieder zugeschlagen, meldet die Einsatzzentrale. Sturm, Bundespolizei, Pirol 440, hallo. Pass auf, ich habe jetzt den Flugplan geschoben auf 1800. Wir werden so in circa, ich denke mal in 15 Minuten loskommen. Ich rufe dich dann auf der taktischen Welle, dass du den Flugplan öffnen kannst. Pilot Jochen Sturm und Flugtechniker Rainer Philipp sollen ihre Kollegen am Boden unterstützen. Bei einer Fahndung mit ihrer Wärmebildkamera. Mit ihr sehen sie fast alles, Tag und Nacht. Wir können schauen bis zu einer Entfernung von 3 bis 5 Kilometer, sehr genau, detailreich, konturenreich, Person, Baum, LKW. Können wir das, ja, 800 bis 1000 Meter, können wir genau sagen, wer oder was ist das. Markus Heckmann ist Wärmebildoperator und steuert die Kamera am Hubschrauber. Okay, ich bin auch dran. Die Piloten sitzen in einem der modernsten Hubschrauber der Welt, einer EC-155. Ausgerüstet mit satellitengestützten Navigationssystem, Überwachungs- und Wärmebildkamera, Scheinwerfer, alles vom Feinsten. Sie starten Richtung Frankfurt Hauptbahnhof. Die Kabeldiebe waren schon oft hier, sagen Lothar Vogt und Anke Lecher von der Bundespolizei. Sie sichern Spuren. Zwei Tonnen Kupfer haben die Täter diesmal geklaut. Ja, wir sind hierher gekommen, die Diebe war nicht mehr da, die sind schon geflüchtet und sind hier quasi über die Gleise geflüchtet. In die Gleise des Hauptbahnhofes hinein, was sehr verwirrend ist. Und daraufhin haben wir dann den Hubschrauber angefordert. Weit können die Diebe nicht sein, sagt Lothar Vogt und hat Beweise. Man sieht sehr genau, das Kabel wurde frisch abgezwackt, das Kupfer ist noch hell, nicht oxidiert. Die Beamten im Hubschrauber sind kurz vor Frankfurt. Die Piloten tragen Nachtsichtgeräte. Durch die Brille, die einem Fernglas gleicht, suchen sie jetzt nach den Dieben. Ohne diese Brillen sind derartige Nachtflüge unmöglich. Beispiel? Mit dem bloßen Auge erkennen die Piloten nur die Beleuchtung des Zuges unter ihnen, sonst nichts. Mit der Nachtsichtbrille sieht der Zug so aus. Noch mehr aber sieht der Wärmebild-Operator Markus Heckmann mit seiner Außenkamera. Er kann ganz nah an den Zug heranzoomen. Hauptbahnhof Frankfurt. Kontrolle von Bahngleisen, eine der Hauptaufgaben der Fliegerstaffel. Im Visier alle Bahnstrecken in Hessen und Thüringen. Insgesamt 2800. Die acht Tonnen schwere Puma schwebt knapp über dem Wasser. Der Wind des Hubschraubers ist wie ein Orkan. Millimeterarbeit. Das dreckige Wasser spritzt an die Maschine. Die Piloten können kaum noch etwas sehen. Schwerstarbeit, sagt Hans Bäuml. Das ist hochkonzentriert, das ist auch ein ungewohntes Gefühl. Man fliegt ja nicht jeden Tag einen Meter über der Wasseroberfläche und dann auch nicht im Hochwasser, wo die Strömung auch reißend ist. Man sieht, dass die Hindernisse oder möglichen Streibguts, mögliche Container, ja auch nicht einfach so kommt. Und das ist auch die Aufgabe des zweiten und des dritten Mannes hier an der Maschine nach draußen zu gucken, um zu sehen, ob mit der Strömung nicht irgendwelches Streibgut noch ankommt, was uns vielleicht sogar noch dann gerühren könnte. Die Kollegen hinter dem Cockpit warnen die Piloten vor Bäumen, Hochspannungsleitungen und was sonst noch so aus dem Wasser ragt. Hans Bäuml und Pilot Andreas Pöhler müssen sich nur auf das Silo konzentrieren. Bei allen Einsatzfällen, diesen Container hier wegzupusten mit unserem Daumenwaff, mit dem Roterabwitz, ist doch wichtig, dass die Roterblätter nicht in Bäume oder in Parkplatzschildern, die wir hier auch direkt unter uns haben, dann reinkommen und auch die Höhe, auf die muss geachtet werden, sodass wir nicht mit der Maschine ins Wasser eintauchen. Es scheint zu klappen. Der Wind drückt das Silo kontrolliert Richtung Ufer. Dort wartet die Feuerwehr mit Seilen zum Festbinden. Das wäre geschafft. Nummer eins von 16 Silos. Fast 1000 Liter Kerosin schluckt die Puma bei so einem Manöver. Sie fliegen nach Pirna zum Tanken. Andreas Pöhler muss gleich wieder los. Nur mal eben kurz durchatmen. Ich habe gut geschwitzt. Insofern habe ich da gut gearbeitet. Die ersten Maschinen starten wieder. Hans Bäuml und seine Crew sind indessen bei einer Besprechung. Die Lage hat sich zugespitzt. Ein Schiffsanleger hat sich losgerissen. 40 Tonnen schwer. Ein Baum hat ihn zufällig gestoppt. Ein Gassilo ist auch noch hängen geblieben. Wie lang kann der Baum den tonnenschweren Druck aushalten? Mit ihren Hubschrauber kommen sie nicht nah genug ran. Zu viele Bäume. Zu gefährlich. Die Bundespolizei alarmiert die Grenzschutzgruppe, die GSG 9. Sie wollen die Männer auf dem Anleger abseilen. Im Lagezentrum. Hans Bäuml hilft bei der Koordination des Einsatzes. Denn er kennt die Männer der GSG 9. Sie sollen versuchen, mit Stahlseilen die tonnenschweren Teile am Ufer festzubinden. Ein zweiter Hubschrauber überträgt Bilder live ins Lagezentrum. Der 52-Jährige telefoniert mit den GSG 9 Beamten. Bei Altendorf. Bei Altendorf. Bei Altendorf. Bei Altendorf. Ja, das ist es sein. Ihr müsst da mal bitte checken, ob das möglich ist. Das mit eurer Winde dann an... Pirol 440. Der Wind aus 150 Grad mit 5 Knoten des QNH 1019. 1019. Es war Liebe auf dem ersten Flug. So erzählen beide von ihrer ersten Begegnung mit einem Helikopter. Fünf Jahre dauerte ihre Ausbildung. Erst zur Polizistin, dann zur Pilotin. Es ist für Frauen nicht schwerer, die Ausbildung zu schaffen, als für Männer. Man muss fleißig sein und ehrgeizig. Dann schafft man das auch. Sie müssen heute nach Frankfurt. Eine Demonstration aus der Luft überwachen. Dietmar Kepper steuert die Überwachungskamera. Ich bin der Systemoperator hier an Bord. Das heißt, ich bediene die luftgestützte Werbebild-Sichtanlage. Das ist ein Kamerasystem, was im Hubschrauber verbaut ist. Was halt die Möglichkeit bietet, aus relativ großer Höhe Aufklärungsergebnisse an den Polizeiführer zu liefern. 40 Minuten später kreisen sie über der Skyline. Aber Demonstranten entdecken sie kaum. Der Veranstalter hatte mit Tausenden gerechnet. Gekommen sind knapp 100. War wohl das falsche Thema. Dietmar Kepper beobachtet mit seiner Kamera den Platz an der Hauptwache. Alles friedlich. Ich verteile da einfach Handzettel. Ich weiß nicht, ob ich das draufgeschaltet habe vorne. Also von Demo ist hier eine größere Erkenntnis. Dieser Einsatz ist beendet. Eigentlich sollten sie jetzt Fußball-Chaoten überwachen. Doch die Einsatzzentrale hat einen anderen Auftrag. Kabeldiebe haben zugeschlagen, erfahren sie über Funk. Katharina Schneider gibt Vollgas Richtung Marburg. Nach 20 Minuten sind sie über der Einsatzstelle. Eine Tonne Draht haben die Diebe geklaut. Jetzt läuft die Fahndung. Silberner BMW, nachdem suchen sie, den haben sie einen Verdacht. Das ist ein halblich wo genau. Silberner BMW. Mit der Überwachungskamera sucht Dietmar Kepper nach dem silbernen BMW. Ist das der Wagen? Er steht an den Gleisen. Zwei Männer rennen auffällig hin und her. Manuela Uli fragt nochmal die Einsatzzentrale. Ja, in Frage von 440, gibt es neue Erkenntnisse noch zur Lage? Ja, weiter. Wie können Sie sich das vor aufklären gegen Silberner BMW? Ich werde ihm vor. Fehlanzeige. Dieses Auto suchen sie nicht. Per Funk erfahren sie, der Fall ist geklärt. Kollegen am Boden haben die Metalldiebe entdeckt und festgenommen. Sie können zurück zur Staffel. Am nächsten Morgen in Fuldatal. Auch Hans Bäumel ist zurück und leitet die Dienstbesprechung. Ja, schönen guten Morgen nochmal allerseits. Das Wochenende war eigentlich recht ruhig. Daher das Programm für diese Woche, bitteschön. Ja, geht heute los mit der Anreise für das Fallschirmspringen GSG 9 in den Bördenbach. Wie jeden Tag erfahren die Piloten die wichtigsten Informationen über Aufträge und Wetter. Seit fünf Jahren fliegen auch Frauen mit. Man kann auch nicht wirklich nach unten gucken, weil man so eng an dem Retter hängt, dass man nicht so viel Freiraum hat. Man kriegt es nicht wirklich mit. Ralf Liebler hat Lara aus dem Wasser gezogen. Retter ist er ehrenamtlich. Ach, das ist eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Ich versuche meine Gedanken eigentlich zu konzentrieren auf das Opfer. Und versuche das Opfer natürlich dann auch dementsprechend mit in den Hubschrauber zu bringen. Und versuche mich auch darauf zu fokussieren. Natürlich sind Emotionen dabei. Hubschrauber fliegen macht immer Spaß. Aber mittlerweile, und da wird es ja schon jahrelang machen, ist das doch wirklich Routine auch geworden. Bis jeder Luftretter heute mal dran war, braucht es noch einige Wiederholungen. Der Mensch ist trotz aller modernen Technik das Entscheidende. 22 Uhr. Zurück in der Fliegerstaffel in Fuldatal. Manuela Uhlich hat Feierabend. Nach neun Einsätzen und 15 Stunden Dienst. Sie wirkt müde. Luftrettung geht von Sonnenaufgang bis Untergang. Im Sommer besonders anstrengend. Papierkram muss sie noch erledigen. Die Maschine reinigen und auf Schäden kontrollieren. Dann will sie nur noch nach Hause. Ich mache den täglichen Check der Maschine. Ich befrüge noch mal alles, ob alles in Ordnung ist, sodass sie morgen auch wieder einsatzklar ist. Moderne Zeiten bei der Bundespolizei. Morgen früh um 7 Uhr muss Manuela Uhlich wieder fit sein für Christoph Sieben. Indessen Dienstbeginn für ihren Kollegen. Kabeldiebe haben wieder zugeschlagen, meldet die Einsatzzentrale. Sturm, Bundespolizei, Pirol 440. Hallo. Pass auf, ich habe jetzt den Flugplan geschoben auf 1800. Wir werden so in circa, ich denke mal, in 15 Minuten loskommen. Ich rufe dich dann auf der taktischen Welle, dass du den Flugplan öffnen kannst. Pilot Jochen Sturm und Flugtechniker Rainer Philipp sollen ihre Kollegen am Boden unterstützen. Bei einer Fahndung mit ihrer Wärmebildkamera. Mit ihr sehen sie fast alles, Tag und Nacht. Wir können schauen bis zu einer Entfernung von drei bis fünf Kilometer. Sehr genau, detailreich, konturenreich, Personenbaum, LKW. Können wir das, ja, 800 bis 1000 Meter, können wir genau sagen, wer oder was ist das. Markus Heckmann ist Wärmebildoperator und steuert die Kamera am Hubschrauber. Okay, ich bin auch dran. Die Piloten sitzen in einem der Modellen. Es ist für Frauen nicht schwerer, die Ausbildung zu schaffen, als für Männer. Man muss fleißig sein und ehrgeizig und dann schafft man das auch. Sie müssen heute nach Frankfurt. Eine Demonstration aus der Luft überwachen. Dietmar Kepper steuert die Überwachungskamera. Ich bin der Systemoperator hier an Bord. Das heißt, ich bediene die luftgestützte Werbebildsichtanlage. So nennt sich die Anlage. Das ist ein Kamerasystem, was im Hubschrauber verbaut ist. Was halt die Möglichkeit bietet, aus relativ großer Höhe Aufklärungsergebnisse an den Polizeiführer zu liefern. 40 Minuten später kreisen sie über der Skyline. Aber Demonstranten entdecken sie kaum. Der Veranstalter hatte mit Tausenden gerechnet. Gekommen sind knapp 100. War wohl das falsche Thema. Dietmar Kepper beobachtet mit seiner Kamera den Platz an der Hauptwache. Alles friedlich. Ich verteile da einfach Handzettel. Ich weiß nicht, ob ich noch was draufgeschaltet habe vorne. Also von dem aus hier keine größeren Erkenntnisse. Dieser Einsatz ist beendet. Eigentlich sollten sie jetzt Fußballchaoten überwachen. Doch die Einsatzzentrale hat einen anderen Auftrag. Kabeldiebe haben zugeschlagen, erfahren sie über Funk. Katharina Schneider gibt Vollgas Richtung Marburg. Nach 20 Minuten sind sie über der Einsatzstelle. Eine Tonne Draht haben die Diebe geklaut. Jetzt läuft die Fahndung. Silberner BMW, nachdem suchen sie. Den haben sie in Verdacht. Das heißt nicht, wo genau? Silberner BMW. Mit der Überwachungskamera sucht Dietmar Kepper nach dem silbernen BMW. Ist das der Wagen? Er steht an den Gleisen. Zwei Männer rennen auffällig hin und her. Manuela Uli fragt nochmal die Einsatzzentrale. Ja, in Frage von 440, gibt es neue Erkenntnisse noch zur Lage? Ja, weiter. Wie können Sie sich das vor? Aufklären gegen Silberner BMW. Ich werde Ihnen vor. Fehlanzeige. Dieses Auto suchen sie nicht. Per Funk erfahren sie, der Fall ist geklärt. Kollegen am Boden haben die Metalldiebe entdeckt und festgenommen. Sie können zurück zur Staffel. Am nächsten Morgen in Fuldatal. Auch Hans Bäumel ist zurück und leitet die Dienstbesprechung. Ja, schönen guten Morgen nochmal. Allerseits, das Wochenende war eigentlich recht ruhig. Daher das Programm für diese Woche, bitteschön. Ja, geht heute los mit der Anreise für das Fallschirmspringen GSG 9 in den Börder. Wie jeden Tag erfahren die Piloten die wichtigsten Informationen über Aufträge und Wetter. Seit fünf Jahren fliegen auch Frauen mit. Mittlerweile haben sich die Männer daran gewöhnt, sagt Manuela Uli. Sie fliegt heute Rettungshubschrauber. Auch eine Aufgabe der Bundespolizei. Wenn nichts noch weiter ist, dann wünsche ich uns eine schöne Woche. Seit 1963 gibt es die Staffel. Fast alle Piloten wohnen in der Nähe. Das ist Bedingung. Kollegen haben heute Morgen Kaffee gekocht. Aber Pilotin Manuela Uli. Ich bin ja meine Twitter von, was ich bin ja? Das ist ja.